Geht weiter! Hat die Gehr drauf! Das Karolen wir uns. Mit Rampi, wenn mir das nicht passiert. Pass auf, ey, da wird wieder die... ...Kiste. Jaja, ich bin ja nicht blöd. Dann will ich auch mal hoffen. Na, 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 na! Ja. Gute Rampi, ey. Mhm. Dein Freund und Helfer in jeder Richtung. Bin ich denn gestorben? Hier! Jaja. Boah, wie viele Kisten die bauen können. Ja. Ja, wir gucken uns den Grund des Sumpfs an. In der Yellow Submarine. Ja. Sky is blue. Sie is green. Dumm! Wer mich umzingelt. Haha. Haha. Ich will dich töten. Der Körper dich beeinträchtigt. Der will dich umhauen. Hahaha. Ein Herz für sie. Das war Mut. Wow. Wo bin ich gelandet? Hier. Ja, Rampi kannst du vergessen. Du Arschgesicht! Weg! Weg! Komm mal, Rampi! Ich hole Rampi nicht, der ist schon längst tot. Ey, du rennst nur hin! Ich will mir Rampi holen! Warum? Den besauchen wir! Ach! Du und deine Tiere immer hier in dem Spiel. Ah! Hahaha! Hahaha! Guuuut! Ich brauche diese Tiere! Die bringen nix! Doch! Nee! Wir hatten mal über 20 Leben! Wie viel haben wir jetzt? 14! Ah! Ist doch noch genug! Gucken wann wir wieder jedes Mal speichern müssen! Mhm! Nach jedem Level! Also sollten wir mal bald einführen! Was soll das? Du musst doch rüber um Rampi zu kriegen! Nice! Schön vorsichtig! Jeeey! Pfff! Hebert müsste zum Mittelpunkt kommen, ey! Was soll das denn schaffen? Eigentlich schon, ne? Wie viele Kisten wirft der? Eine! Keine mehr, weil der ist einfach tot! Und er? Er wirft unendlich! Einen alten Sumpfgeister! Ja, keine Ahnung! Richtig! Ich mach einfach nur den Anfang dieses Levels! Deswegen! Ah! Hätt ich da nur das einmal getroffen, ey! Hätt mir den ganzen Scheiß jetzt nicht! Ja komm! Ich lass den gleich Rampi! Ich will verfickten Rampi nicht! Nein, ich hol den gleich und dann geh ich ab davon und dann kannst du weiterspielen! Wieso so ein Rampi denn? Wo brauchen die denn nicht? Aber ist doch sicherer! Weil sicherer? Ja! 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 Ey, ich will nicht schon wieder alles von vorne machen! Wie? Was von vorne? Ja, die an der ganzen Level! Wir haben die einmal abgespeichert! Das ist doch jetzt nur ne kleine Pechsträde! Ach gut! Okay! Wir sahen ja Bananen noch ein! Jaja! K, Kong, King! Super! King Kong! Waaah! Ey, du und Rampi, ey! Weißt du, er drückt schon! Ich hab noch nicht gedrückt! Der kann aber nicht drücken, wenn du nie drückst! Ich drück doch nicht einfach so! Weißt du? Ich glaub dir das hier aber anscheinend ist da gerade was kaputt! Jetzt werden schon Bananen gesammelt! Hä? Jetzt werden schon Bananen gesammelt! Hä? Ja, so tief bin ich gesunken, ey! Ich hab schon hier die einzelnen Bananen wegflücke! Er schießt nicht einfach nach links unten! Oh! Ich war lass dir das! Du willst das Tier haben, also hol's dir auch! Hm? 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 Weißt du, mach mal jetzt einfach mal sachte, ja? Das ist gar nicht schwer! Kann ich absteigen! So! Fuck off, ey! Ich nimm Rampi nicht! Wieso nimmst du ihn nicht? Weil der mir nicht gehorcht! Natürlich gehorcht er dir! Ja, er wollte das so! Naja, lass mich das jetzt machen! Danke, danke! Fängt schon wieder an, ey! Dritte Welt! Ja, das ist so wie hier! Gletscherspaß! Ja, sowas! Mit den Fässern scheiße, weißt du! Oh, die zische Welt! Und was viel schlimmer ist, du hast nicht mal ewig Zeit, diesmal! Ja! Also das ist wirklich die Geduld! Übelste Geduld! Ich hab mich gesagt, wenn ich mich nach links fließen lasse! Ja, hat doch geklappt! Ich war aber gewagt! Tschüss, Rampi! Willst du mich verarschen?! Komm, einfach nur bis zum Mittelpunkt! Es ist nicht weit! Es ist nicht mehr weit! Wir haben es gleich geschafft! Wichtig! Gut! Okay, ich bin nach rechts! Ich bin jetzt schon wieder das Gleiche! Jetzt muss ich bis zum Mittelpunkt kommen! Guck mal, der hat gerade Bananen geworfen! Ich glaube, wir haben den Mittelpunkt schon verpasst! Meinst du? Mhm! Da auch dich! Da ist ein Fass! Wo? Ja, du wolltest doch verstehst. Achso, das... Boah. Hä? Kommt die noch? Keine Ahnung. Ich will das Level jetzt schaffen. Ja. Da, hätte man die Kugel bekommen. Dann muss man wieder links. Achso, okay. Deswegen braucht man das Amp. Monkey! Oh nein, du musst ihm folgen, du musst ihm folgen! Ah, egal. Will er uns denn beibringen? So, jetzt nochmal. Warte, warte, ja genau. Volki? Ne. Wieso nicht? Schaff ich nicht. Wieso schaffst du nicht? Ja, die Bienen. Das sind ein paar Bienen, die einfach da links stehen. Siehste? Mann, warum mach ich diese riskanten Scheiß-Sachen eigentlich immer? Oh. Hä? Werf einfach. Ah! Siehste? Wir brauchen Rampi! Sampi brauchen wir auch. Ey, wir brauchen Rampi im Scheißdreck brauchen wir Rampi. Sampi? Rampi, Rampi! Werd, ich klicke hier in Sampi. Was soll denn der Scheiß? So easy. Ja, ja. Oh, oh. Tu. Soll der Scheiß? Easy, man. Easy, man. In Amsterdam. Ne, Fendel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bananas. Ja, der klaut mir Bananen. Ach so. Das ist ein Bananen-Dieb. Mhm. Oh, die Bananen will ich haben. Lass die mal. Wieso das denn gehen? Das sind fast rechts. Ja, das ist easy. So was kann ich nicht. Das sind auch nur Fässer. Dann kommst du mit easy. Ja, das sind auch doofe Fässer, die sich bewegen dabei und immer feuern. Ach scheiße, ich kann ja auf der Kanone landen. Das hat voll die, äh, Blockade. Gut. Hilfe! Hilfe! Oh, Kanone! Gnordi! 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 Du musst gleich den einen, den einen Part. Du machst aber gar nichts. Du sagst, der wäre leicht, also machst du den auch. Du musst für deine Aussage gerade stehen. Ich kann das machen, klar, aber... Ich weiß, dann lerne ich dadurch nichts. Ich weiß. Alter, lass mal übernahen, Mann! Von dem! Gnordi! Na, wir müssen einen Schnitt machen. Dann mach doch einen Schnitt jetzt. Ja, wenn wir hier rüben sind. So, hier eben, einen kurzen Schnitt. Ja, wir müssen noch mal übernahen.